Ich muss jetzt so lange mal kurz in diese Perspektive mitfahren. Ja, solange der Zug hier versucht in den Bahnhof zu kommen. Oh, da wie ich schon wieder gesehen hast, hat er irgendwie ab uns auf 90, das regt mich auf. Und der Verdacht, dass es irgendwie an hier Drag Rules Plus lag, ist ja dann ja mit diesem Ereignis eigentlich bestätigt, weil ich spiele hier komplett Vanilla, er bremst schon wieder. Das ist eigentlich für mich unerklärlich. Also, ja, ich habe da keine Worte für. Ich verstehe es erstens mal nicht und ich werde es wahrscheinlich auch nie verstehen. So, da hat sich gerade ein Haus aufgebaut, das ist sehr schön. Hier müssen wir dann noch die Buslinie einrichten, bevor ich es vergesse. Hättest du denn freie Fahrt? Momentchen kurz. Was macht denn der? Einladen? Warte auf freie Wege. Immer noch Warte auf freie Wege. Sorry jetzt. Dann fahren wir hier einmal nochmal zurück. Abo bitte in etwas schnellerem Modus. Ich möchte jetzt hier auch einfach mal gucken, ob es da auch noch diese Bremspunkte gibt, weil, ja, keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber man merkt schon, dass die Strecke nicht wirklich eben ist. Also, ja, ich wollte doch Facebook ausschalten. Boah, und der rast hier mit 120 Sachen hier durch. Also, ja gut. Hier hinten müssen wir jetzt eine Buslinie einrichten, denn wir erreichen es, mein erstens mal, nicht alles. Und zweitens mal erreichen wir hier hauptsächlich Gewerbe und Industrie. Das heißt, wir setzen immer schnell ein Bushäuschen hin. Und dann fahren wir am besten mal da hin und dann ganz dort oben hin. und dann fahren wir am besten so zurück und halten hier nochmal. Neue Linie, das wäre dann von hier nach da, nach da, nach da. Ne, das ist doch da oben. Ist die Strecke echt... Ist die kürzer? Na gut, dann fährst du halt so. Und das ist dann Bus Weidenheim. Upsa. Weidenheim. Den Depot. Ah, dann können wir da oben das Depot hin machen. Auch kein Problem. Oh, was haben wir denn mittlerweile? Na, ich glaube, wir nehmen den hier mal. Das wäre Bus Weidenheim. Ich sehe gerade. Alter, das geht mir jetzt echt mal. Moment mal kurz. Es geht mir grad etwas auf den Zeiger. So. Gut. Wir haben hier nur drei Busse. Aber wir haben schon vier Städte angeschlossen. Wir haben Alum noch nicht drin. Wir haben hier nur eine Güterlinie. Dann bekommen wir, oder dann machen wir auch mal hier schnell eine Buslinie rein. Machen wir mal hier hinten das Gebiet etwas attraktiver. So. Dann halten wir hier. Dann halten wir hier. Dann halten wir nochmal hier hinten. Oh, und dann geht's da rüber. Und dann halten wir hier nochmal. Ich hoffe, das geht so. Perfekt. Bus. 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 Ah. Lumen. Schreibt mir das, glaube ich. Ja. Perfekt. Und dann kaufen wir hier auch mal. Busse. Bus. Alum. Wunderbar. So. Was macht denn noch alles Minus? Kunststoff B macht auch noch Minus. Aus. Ja gut. Man könnte generell sagen. Nein. Ich würde das mal so weiter laufen lassen. Aber ich sehe, dass wir hier dringend Verstärkung brauchen. Ist da nur ein Zug drauf über dem Eisen. Oha. Okay. Und da ist ja wahrscheinlich noch so eine schwache Lokomotive. G 2250 PS. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht schon was anderes haben. 2000. Auch 2000 PS. Was ist denn diese hier? Oh. Die hat 4000 PS. 135 Kilo Newton. Und die hat halt 237. kostet 750.000. Ja. Das Geld haben wir. Würde ich mal sagen. Und dann kommen hier Eisen. Erz. 12 Stück. 5. 6. 7. Ich hänge jetzt einfach mal 7 hin. Wieviel sind es bislang. Machen wir mal so viel. Duplizieren. Und schicken das auf Eisen. So. Okay. Hier ist alles schon elektrisch. Und hier wartet halt einfach schon. zu viel. Weil da würde ich dann halt einfach zwei Züge einsetzen. Okay. Das ist die falsche. Ich hab das jetzt komplett verpasst. Ah. Shit. So. Weil der muss natürlich runter. Und da sind wir schon noch runter gegangen. Ohja. Wir sehen. Wir haben sehr wenig Eisen hier drin. So. Du gehst mal bitte ins Depot. So mal kurz Abstand halten. Und da bräuchten wir schon fast drei Züge für. Mal schauen. zwei Millionen. Der wird abgeladen. Bring zwei Millionen. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen dritten. hin. Alles klar. Also dann der weg. weg. Und dann kommt hin. Eisen. Erz. Zeit. 456. 7. 8. Eisen. Oho. Alles klar. Jetzt geht die Produktion auch mal hoch. Das ist sehr schön. hier wird kräftig produziert ok sehr schön einmal mitfahren auf schneller geschwindigkeit ich weiß sie tut ja ok ganz schnell das sieht hässlich aus boah ok das muss ich auch nur umbauen und da hat aus oh god spiel so hier sehr schön die produktion fällt na der bedarf ist nicht so hoch ok alles klar das ist verständlicher aber die linie macht er weiterhin sehr sehr viel plus es ist sehr gut so was macht denn hier so viel minus 1,6 das schauen wir auch mal gleich danach aber mir ist da noch was aufgefallen genau in die bahnübergänge hier das sieht ja aus hier das ist ja furchtbar also ich glaube kaum dass ich das damals gebaut habe kann ich mir nie vorstellen oder vielleicht habe ich es gebaut weil das war ja noch das war ja sozusagen die allererste map dass es mir da noch nicht aufgefallen ist das kann natürlich auch gut sein so dillchen weil hier ist alles in ordnung so ich wollte gucken wer so viel minus macht es wäre diese hier maschinen kühldorf die maschinen linie macht viel minus ok und maschinen brauchen arbeitsplätze ok das könnten wir natürlich auch noch verteilen was hält denn hier da hält werkzeuge werkzeuge 0 die fährt auch minus ein die hier unten die fährt auch noch heftig minus ein ja sind aber eigentlich gut befüllt und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jahr 25 So 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 So